Die Leinen oder Leinsamen sind ein potenter Antikrebs. Funktionen und Vorteile von Leinsamen oder Leinsamen Man fragt sich, von Leinsamen ist, dass es eine Substanz, die das Prostatlandin, das den Druck und arterile Funktion, deren Vorteile spielen eine wichtige Rolle im Fettstoffwechsel, Kalkium und Energie reguliert ähnelt enthält. Leinen ist die einzige Nahrung, das Östrogen blockiert den Weg und hat eine stimulierende Wirkung auf sie. Das ist, weil es die seltene Kombination eines schwachen Östrogen und Omega-3-Fettsäure Leinsamen halten große Menge an Ballaststoffen, sind die reichsten pflanzlichen Quelle Omega-3-Fettsäuren und die reichste Quelle von schwaches Östrogen, dass es eine Superfoodmacht aufgerufen wird. Flachs kann auch verringern Östrogen in den Fettzellen, die Begrenzung der Wirkung von Östrogen und Stimulation verlängern den Zeitraum und die Anzahl der Träger von Östrogen. Die sekundäre Pflanzenstoffe genannt Lignane sind potente Antikrebs. Die Menge an Ballaststoffen ist höher als jedes andere Getreide und ist daher stark in Däten zur Gewichtsreduktion empfohlen, den Cholesterinspiegel zu senken und zu verhindern Verstopfung. Die Omega-3, die Flachs oder Fisch besitzt herrscht irgendeinem Gemüse oder Getreide. Und Lignane wirken bei der Verhinderung von Brust- und Darmkrebs und diese stehen allen Menschen, indem sie einfach einsamen, um ihre Ernährung. Lignane nach wissenschaftlichen Forschung kämpfen verursachenden Chemikalien und Krebstumoren zu Östrogen-Rezeptoren, die das Risiko von Darmkrebs, Lungenkrebs, Prostatakrebs, Brustkrebs zu senken blockieren könnte. Leinsamen oder Leinsamen haben eine positive Wirkung auf andere Krankheiten. Entzündliche Erkrankungen, Haut und Haare, Stress, Diabetes, Verdauung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, sexuelle Probleme, Vitalität, Wassereinlagierungen, visuelle Funktion, die Funktion der Nebennierenrinde, Spermienbildung, Mukoviszidose, Multiplasklerose, Unfruchtbarkeit, Abtreibung, Schizophrenie, Drüsenstörung, bipolare Depression, Allergien, Sucht, Drogen und Alkohol. Auf welche Weise diese Samen essen? Grinnt Leinsamen in einer Kaffeemüde und nehmen Sie 25 Gramm pro Tag in hausgemachten Brot, Muffins oder Kekse eingearbeitet, besser integriert. Sie können auch in York-Hood-Fruchtsäfte, Soßen, Salate, Suppen mischen, darauf hinzuweisen, dass das Schleifen der Samen werden besser behandelt und die Vorteile, die es bietet diese Rhinosa-Saat gut werden. Ich hoffe, das wird nützlich sein, diese Informationen, so frage ich, dass die Fingerspitzen geben nach oben, wenn du magst. Vielen Dank, einen schönen Tag! Einige denkwürdige Zitate Wenn der Tag sie lächeln, an ihrem lächeln sie an. Lachen, wenn du traurig bist, ist Trauern zu einfach. Wenn der Körper keine Möglichkeit Ausdruck für etwas Erhabenes hat, schrei, wenn du weißt, die Tränen sind bereit, zu wissen, das ist Freude. Die Tränen ist riesig, als der Tag angeht. Wenn der Tag eine Ausdruck für etwas Erhabenes hat, schrei, wenn du weißt, das ist, dass der Tag nicht erhält, ist es schon so möglich. Untertitelung des ZDF, 2020